Willkommen zum Meister aller Podcasts, dem ersten Jackie Chan Podcast in deutscher Sprache. Ich bin euer Moderator Thorsten Bose und nur hier gibt's alles Wissenswerte aus der Welt rund um Jackie Chan. Ein Podcast von Fans für Fans. Ein herzliches Hallo an alle Zuhörer da draußen. Das ist heute die allererste offizielle Folge des Meister aller Podcasts und ich muss gestehen, ich freue mich tierisch, sie endlich aufzunehmen. Ich habe mir im Vorfeld echt sehr viele Gedanken gemacht, welches Thema ich in der ersten Folge überhaupt besprechen will, um mir und den Zuhörern den Einstieg zu erleichtern, aber ganz ehrlich, leicht ist es mir nicht gefallen, denn man kann so viel über Jackie Chan, seine Arbeit und sein Leben erzählen, da fällt es schwer, ein Thema auszuwählen. Deswegen kam mir die Idee, fangen wir doch einfach ganz vorne an. Wer ist überhaupt Jackie Chan? Aber stopp, jetzt bitte nicht wegblicken, ich werde euch hier nicht einfach einen Steckbrief vorlesen, in dem seine Schuhgröße, sein Lieblingsessen und seine Haarfarbe drinstehen, nein. Solche Angaben findet ihr mittlerweile in jeder Publikation und auf fast jeder Internetseite, die sich mit Jackie Chan beschäftigt. Hier, im Meister aller Podcasts, gehen wir das ein wenig spannender an. Denn anstatt euch langweilige Wahrheit aufzutischen, gehen wir gemeinsam in die Gerüchteküche und schauen mal, was die Köche dort für uns zubereitet haben. Und glaubt mir, die servieren seit Jahren gerne mal ein Sechs-Gänge-Menü und mehr. Doch wie so oft ist an manchen Gerüchten tatsächlich etwas dran. Die Wahrheit hier von der Lüge zu unterscheiden, darum soll es heute gehen. Und so lernt ihr Jackie Chan meiner Meinung nach am allerbesten kennen. Hier sind also fünf geheime Fakten über Jackie Chan. Jackie Chan Der Name ist heutzutage überall auf der Welt bekannt. Auch wenn man kein Fan ist oder noch nicht bewusst einen Film von ihm gesehen hat, so hat man dennoch mal den Namen gelesen oder gehört. Doch heißt Jackie Chan wirklich Jackie Chan? Die Antwort lautet, nein. Jackie Chan wurde am 7. April 1954 in Hongkong als Chan Kong Sang geboren. Chan Kong Sang bedeutet übersetzt so viel wie Der Chan, der in Hongkong geboren wurde. Ist eigentlich ganz zutreffend, oder? Seine Eltern entschieden sich für diesen Namen, weil sie sich gemeinsam in Hongkong ein neues Leben aufbauen wollten. Jackies Vater Charles und seine Mutter Lily Chan stammten ursprünglich aus verschiedenen Orten im Osten Chinas. Beide waren bereits verheiratet und hatten Kinder mit anderen Ehepartnern, ehe sie sich trafen, verliebten und im chinesischen Bürgerkrieg gemeinsam ins damalige, unter britischer Flagge stehende Hongkong flohen. Jackie Chan hat demnach mehrere Halbgeschwister. Verfolgt man Jackie Chans Blutlinie also zurück, stellt man fest, dass sein Ahnenname, sein richtiger chinesischer Familienname, eigentlich Fong Silung lautet. Die ganze dramatische Familiengeschichte wurde lange vor Jackie Chan selbst verheimlicht, bis er Ende der 1990er Jahre seinen Vater einmal zur Rede stellte. Das ganze Drama lässt sich in der Dokumentation Traces of a Dragon und dem von Jackie Chan lizenzierten Spielfilm Tales of Three Cities nachvollziehen. Als Jackie zur China Drama Academy ging, wo er seine klassische Peking-Opernausbildung bekam, wurde er Yun Lu genannt. Später verwendete er den Bühnennamen Chan Yuan Lung oder einfach nur Yun Lu für seine ersten Filmversuche. Als diese keinen Erfolg brachten, wanderte er frustriert nach Australien zu seinen Eltern aus, die ihn Jahre zuvor wegen der Arbeit in Hongkong zurücklassen mussten. Dort in Australien besuchte er einen Englischkurs, wo er der Einfachheit halber nur Paul genannt wurde. Er fand Arbeit in einem Restaurant und auf einer Baustelle, wo man seinen chinesischen Namen ebenfalls nicht aussprechen konnte, sodass der Vorarbeiter ihn einfach nur Jack nannte. Doch weil es schon einen Jack gab, wurde aus dem neuen Jack ganz schnell Jackie. Als Jackie Chan nach wenigen Monaten wieder zurück in Hongkong war, bekam er einen Filmvertrag. Man wollte nach dem Tod von Bruce Lee, dem bekannten Drachen, das Kino neu erfinden. Ein neuer frischer Name musste also her und so hieß Jackie Chan ab sofort Sing Lung im Kantonesischen und Cheng Lung auf Mandarin, was so viel bedeutet wie bereits ein Drache. Als die ersten Filme dann auf Plakaten international vermarktet wurden, griff man auf Jackie Chan mit Y als Name zurück. Später, als Jackie mehr Kontrolle über seine Filme bekam, strich er das Y, das seiner Meinung nach zu hart aussah und um sich von Lu Wei zu distanzieren und Jackie Chan war geboren. Übrigens, seine Mutter nannte ihn immer liebevoll Pao Pao. Pao Pao bedeutet im Chinesischen in etwa Kanonenkugel, denn der gute Jackie wog bei seiner Geburt satte 5,4 Kilogramm und wurde nach zwölf Monaten Schwangerschaft per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht. Wahre Geschichte. Jackie Chan ist berühmt dafür, alle seine Stunts selbst zu machen. Doch stimmt das eigentlich? Auch wenn ich jetzt so manchem Zuhörer eine Illusion raube, so ist die Wahrheit noch viel, viel spannender als das Gerücht selbst. Nein, Jackie macht nicht alle seine Stunts selbst. Einen Namen machte er sich Anfang der 1970er Jahre, beginnend in dem Bruce Lee Film Fist of Fury, als sogenannter Double Boy. Denn als einer von vielen unbekannten Stuntman wusste Jackie, dass er etwas Besonderes machen musste, um Karriere zu machen. So übernahm er die gefährlichsten Stunts, die sich sonst niemand zutraute und verlangte oft weitere Takes, weil er seine Stunts immer perfekt haben wollte. Jahrelang machte er also Karriere als draufgänglicher Stuntman. Das stimmt. Doch bereits Ende der 1970er Jahre sprangen einige Doubles aus den unterschiedlichsten Gründen für ihn ein. So zum Beispiel in Dragon Fist, bei einem einfachen Kampf, den Jackie wegen einer Rückenverletzung in der vorhandenen Drehzeit nicht selbst ausführen konnte. Auch in Hits wie Project A wurde Jackie teilweise gedoubelt. Hier sogar in einer Einstellung des berühmten Tombow-Stunts. Sein Freund und Kollege Maas entpuppte sich damals als bestes Stunt-Double von Jackie. Meist hinderten also Schmerzen oder Verletzungen Jackie daran, eine Einstellung selbst zu drehen. Doch in Anbetracht der Menge an halsbrecherischen Stunts, Action-Sequenzen und sonstigen Takes, tut das seinem Image keinen Abbruch. Dieses kam vor allem im Westen auf, um ihn als neuen Superstar besser zu vermarkten. Doch Jackie verlangte nie etwas von seinem eigenen Stunt-Team, das er zuvor nicht schon mal selbst getan hätte. In Drunken Master dubbelt Jackie sogar einen Stuntman im Kampf gegen den Filmbösewicht, weil Jackie genau diesen einen Stunt so perfekt wie möglich haben wollte. Wenn ihr mehr über Jackies Doubles wissen wollt, schreibt es mir in die Kommentare und ich werde mal einen separaten Beitrag mit Belegfotos und Videos auf meiner Webseite www.jackiechanfilme.de veröffentlichen. Dort gibt es übrigens jetzt schon eine komplette Liste mit allen Stuntmen aus über 40 Jahren Jackie-Chan-Stunt-Team. Bei all den halsbrecherischen Stunts, einem Leben voller Action und mehreren Situationen, in denen Jackie Chan beinahe gestorben wäre, könnte man glauben, dass dieser Kerl Angst vor nichts hat. Doch nach eigener Aussage ist es ganz anders. Vor jedem Stunt hat Jackie enorme Angst und ist sich der Risiken sogar sehr bewusst. Sein bekanntestes Zitat lautet nicht umsonst, ich bin verrückt, aber nicht dumm. Vor seinem 12-Meter-Sprung im Einkaufszentrum im Film Police Story von 1985 haderte er mehrere Stunden mit sich, bis er schließlich all den Mut zusammennahm und seine Angst vor dem Sprung hinausschrie. Den Schrei sieht und hört man noch im Film selbst. Und so erging und ergeht es Jackie heute noch bei jeder brenzlichen Filmsituation. Was ihn aber besonders macht, ist die mentale Stärke mit dieser Angst umzugehen und sie sogar zu überwinden. Doch hat Jackie vielleicht auch eine Macke, eine Phobie, die ihn etwas menschlicher und verletzlicher macht? Die gibt es. Er hat nämlich panische Angst vor Nadeln. Ja, ihr habt richtig gehört, Nadeln. Im Film Crime Story von 1993 und in Thunderbolt von 1995 wird er beide Male von einem Arzt mit einer Nadel gestochen und jedes Mal hatte er mindestens so viel Angst davor wie vor einem Höllenstunt. In diversen Dokumentationen und Berichten sieht man Jackie privat bei Blutspenden oder anderen Wohltätigkeitsveranstaltungen, wie er beinahe kindlich auf diese Nadeln reagiert, was ihn nur noch sympathischer macht. Wer bereits die Filme von Jackie Chan kennt, der weiß von dem nächsten Gerücht. Für manch anderen ist das Neuland. Doch tatsächlich hatte Jackie Chan in seiner Karriere mehrere Schönheits-OPs. Dies lässt sich wunderbar an den Filmen aus den 70er Jahren erkennen. Als Jackie Chan seinen Vertrag bei Regisseur Lou Wei unterschrieb, drehte er gleich zwei Filme. Nach New Fists of Fury und Shaolin Woodenman von 1976 wurde ihm ans Herz gelegt, dass er sich doch einer Augen-OP unterziehen solle, um besser beim Publikum anzukommen. Denn dieses bevorzugte seine Filmhelden mit großen Augen, wie sie westliche Menschen haben. Während Jackie sich also dem Druck beugte, um Karriere zu machen und sich, man munkelt, mehrerer Augen-OPs unterzog, drehte er weiterhin Filme. In Snake in the Eagles Shadow von 1978 wurde ihm von Meisterkicker Wang Zhang Li in einer Szene der Schneidezahn ausgetreten. Im Film leicht zu erkennen, weil Jackie einfach weitermachte. Nach dem Dreh ging es dann zum Zahnarzt und es folgten auch hier ein paar Eingriffe, um sein berühmtes, ansteckendes Lächeln wiederherzustellen. Vor vielen Jahren wurde in Hongkong mal ein Bericht darüber veröffentlicht, mit angeblichen Röntgenaufnahmen von Jackie Chan's Kiefer. Leider konnte ich in meinem Fotowirrwarr diese Bilder nicht mehr finden. Wer sie also noch zu Hause hat, kann sie gerne mit uns allen teilen. Auch Jackies Nase wurde ein paar Mal operiert. Auch hier liegen nicht viele Daten vor. Man munkelt anhand von Bildvergleichen, dass in den 70er Jahren ein kleiner Eingriff vorgenommen wurde. Warum? Das weiß man nicht. Danach wurde Jackie nur noch behandelt, wenn er sich mal wieder bei einem Filmdreh den Zinken verbogen hatte. Das nächste Gerücht ist zwar sehr persönlich und wird von Jackie auch nur ganz selten thematisiert, doch auch über unangenehme Themen wird im Meisterler Podcasts gesprochen. In unregelmäßigen Abständen liest man in der Weltpresse, dass Jackie Chan mehrere Kinder habe, die er weder sehen, noch finanziell oder sogar emotional unterstützen will. Das ist so nicht korrekt. Jackie Chan hat einen Sohn namens JC. JC wurde geboren am 3. Dezember 1982 in Los Angeles, Kalifornien, USA. Sein Vater Jackie und seine Mutter Joanne Lin Feng Zhao heirateten kurz zuvor und sind bis heute verheiratet. JC wuchs in L.A. und Australien bei seiner Mutter auf, einer ehemaligen Schauspielerin aus Taiwan, die schon Jahre vor Jackies eigenem Karrierestart ein Superstar in Südostasien war. In Asien, vor allem im Hongkonger Filmbusiness, war es lange Zeit so, dass wenn eine Schauspielerin heiratete oder Kinder bekam, sie abrupt ihre Karriere für immer beendete und sich ganz der Familie widmete. So war es auch bei den Chants. Zudem kommt, dass Jackie 1982 inmitten seiner eigenen Karriere bei Golden Harvest steckte und als Workaholic schon seit vielen Jahren von Filmset zu Filmset jettete, ohne viel Freizeit oder Privatleben gehabt zu haben. Das Familienverhältnis war oft schwer, aber hey, in welcher Familie läuft schon alles rund wie in einem Hollywood-Märchen? Doch Jackie stand immer hinter seiner Frau und seinem Sohn, den er als er erwachsen wurde auch immer öfter bei seiner eigenen Schauspiel- und Gesangskarriere unterstützte. Tatsächlich drehen Vater und Sohn bis heute immer mal wieder zusammen Filme. Übrigens wurde früher viel über das geheime Familienleben der Chants spekuliert, so dass man JC eine Zeit lang sogar als Jackson Chan wahrnahm. Als Jackie 1998 der weltweite Durchbruch mit dem Hollywood-Blockbuster Rush Hour gelang, folgte ein erfolgreiches Ereignis dem anderen. So von seinem Erfolg und Ego gepusht, beging der Happy-Go-Lucky-Superstar einen Fehler und betrog 1999 seine Frau mit der ehemaligen Miss Asia Elaine Heng. Aus der Affäre ging Etta Heng hervor, die am 19. November 1999 das Licht der Welt erblickte. Sowohl Elaine als auch Jackie war ihr Seitensprung als Fehltritt bewusst und Jackie schämte sich lange Zeit sehr seiner Familie gegenüber. Diese vergab ihm jedoch, was dazu führte, dass sich Jackie immer mehr Zeit für seine Frau Joanne und seinen Sohn JC nahm. Was Elaine und die gemeinsame uneheliche Tochter Etta anging, so entschied sich Elaine noch während der Schwangerschaft dazu, das Mädchen alleine und ohne Hilfe Jackie Chants großzuziehen. Man einigte sich wahrscheinlich gerichtlich, dass der Vater keinen Kontakt zu seiner Tochter haben darf. Dies führte vor allem nach der Veröffentlichung der zweiten Autobiografie von Jackie Chants 2015 dazu, dass die Presse schlecht über den Star und Vater berichtete und die Affäre zum willkommenen Anlass nahm, ihm emotionale Distanz zu seiner gesamten Familie vorzuwerfen. Musik! Musik! Das waren sie, die ersten fünf geheimen Fakten über Jackie Chan, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Und genau an der Stelle unterbreche ich mich einfach mal selbst und lasse diese ganzen Informationen auf euch wirken. In einer späteren Folge werde ich auf weitere Gerüchte und Anekdoten eingehen. In Teil zwei wird es dann also unter anderem religiös, kriminell und top secret. Vielen Dank fürs Zuhören und falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal. Ciao! Deer Jackie, Genki desu ka? I saw your new movie. Watashi no? It was so exciting. Eno лучше. Joil nuestros Ende euch einen wie mit ger ent